Hallo und herzlich willkommen beim Flugsimulator Berlin, hier mit unserem original Boeing 737 Cockpit. Heute stelle ich euch unser Paket Mayday Mayday vor. Das Szenario kennen wir alle aus mindestens einem Blockbuster. Die Cockpit-Crew ist ausgefallen und du musst mit Hilfe des Towers versuchen, das Flugzeug alleine zu landen. Kein Pilot ist im Cockpit und kann dir helfen. Wenn du möchtest, kann eine Begleitperson im Cockpit mit dir mitfiebern, während du versuchst, lediglich über Funkanweisungen des Towers das Flugzeug sicher zu Boden zu bringen. Es liegt ganz an dir, deiner Konzentration und deiner Fähigkeit, dieses Szenario zu meistern. Adrenalin und Spannung pur sind garantiert. Wie diese Mission aussehen kann, schauen wir uns jetzt mal an. So, mittlerweile sind wir im Cockpit. Wir sind noch im Reiseflug. Das Flugzeug ist vollgetankt und Felix nimmt jetzt das Steuer. Dein Headset sitzt, Felix. Alles gut. Dann viel Erfolg. Wir sehen uns am Boden. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Flugsimulator Flug 308 nach Mallorca, Palma. Kann mich jemand hören? Hier ist der Tower von Mallorca. Können Sie mich hören, Flugsimulator Berlin 308? Was ist passiert? Ja, beide Piloten sind ausgefallen. Ich bin eigentlich nur Fluggast auf dem Weg in Urlaub und ich weiß überhaupt nicht, wie man das Ding hier landet. Okay, Felix. Wir machen das jetzt zusammen. Schritt für Schritt. Du kannst immer Fragen stellen. Erstmal müssen wir die Reiseflughöhe für landen. Okay, Felix. Bisher hast du das echt super gemacht. Wir werden jetzt noch die Landung zusammen durchführen und dann hast du es geschafft. Atme noch einmal tief durch und dann packen wir es an. Super, sehr schön gemacht. Erste Landung. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hallo zurück. Und? Lust auf mehr? Dann buch jetzt Mayday, Mayday. Oder schau dir die Videos zu eines unserer anderen Action-Pakete, Dangerous Airports oder Action Pur an. Always blue skies and happy landings. Bis bald. Also, jetzt Democrdat. Part 2 Engliss im Training 2 5 3 Vielen Dank.